oh ja die schlimmste map zum schluss das ist doch der so ich bin hinten in der in der muffel anstalt finde ich mich aber auch nie zurecht da wo das portal ist ja irgendwie schon es ist feulen man kotz mann nein wo ist das denn hier der so schnell rennt auch der die andere denn deine gemütslage sich durch ändern woher die andere ja ich würde gleich mal retten ja direkt daneben so haut ab ich rette wenn er nicht gehört habe ich in den schrank bin sorry somit gehe halt sich selbst auch gut ich mache den gen beim portal gut er ist wieder weg von mir wenn man hier sieht er mich hier was wir da hier bei mir wir haben kein gen und eine hänge schon sehr gut er ist hier bei mir beim portal ja ich weiß nicht genau wo das von mir aus ist aber kommt gibt sich selbst ein boost wir haben ein boost ich habe mich ein bisschen verkrümelt hat gegen meinen gen getreten habe ich hoffe mal dass er mich jetzt nicht drin ich habe ich habe herz schlag naja ist gut okay okay oder aus einem schrank wahrscheinlich oder aus dem fenster ich weiß nicht so voilie man was ab was zu mir bleibt erstmal hier und glotzt ein bisschen er ist wieder weggegangen ist und wenn mein gen an er ist wieder da ich bin wieder weg aber das ist gut selbst mit der taktik kommen erstmal weiter hat mir zwar eine verpasst aber ich habe sie gerettet versuche mal den gender hinten weiter zu machen der war er war gar nicht so unweit ich hoffe einfach mal da passt was da der ne dass die er wieder bei null gehen aber jetzt den gen hier das gute bei der folge ist eigentlich das gute aber bei der folge ist wenn du eine verpasst bekommst dann ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch er kommt zu mir er kommt zu mir ich habe daneben gedrückt ich sehe es die arme wurde sogar angeschnetzelt die ganze zeit angeschnetzelt aber sehr gut allein dieses ablenken konnte der anderen dann fertig machen ich bin jetzt oben an diesem einzelnen sehr gut sehr gut einfach weitermachen er ist noch bei mir er sucht mich noch weil das richtig spannend hier das problem ist er wird mich früher oder später noch kriegen er ist bei mir er sucht mich versteckt mich jetzt in dem schrank oder mit zwei fässern du weißt er kann ich natürlich hören aber jetzt glaubt nee ich krieg meinen stein noch jetzt weg ich gebe das hin zu meinem gen nee hier ist er ich hab zwei drittel ich werfe einfach mal den stein ich meine und dann verpiste dich vielleicht genau ich werfe einfach den stein verpiss mich weil ich habe die fehler er findet mich nicht neben johnny er ist hinter mir her vielleicht lenkt ihn das gleich ab ah okay hat mich der andere johnny ist neben mir am Dings. Alter, der konnte ordentlich rumziehen. Aber das war eine sehr gute Aktion hier, dieses Versteckspiel. Wenn ihr den zu zweit... Er ist links von mir. Er kommt auf euch zu. Genau in eure Richtung. Zieht durch. Sehr gut. Ich würde den linken Ausgang bevorzugen, wenn mich wer rettet. Keine Ahnung. Der andere, der andere, der andere. Nee, er kommt auf mich zu. Er kommt genau auf mich zu. Ja, er kommt auf mich zu. Jetzt ist er hinter dir, glaube ich, her. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Der andere rettet mich. Ich bin ein kleiner Trottel. Ich sabotiere. Wiggle. Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich mache auf. Der Haken ist wahrscheinlich wieder da, wenn... Ich glaube, das ist... Der ist ja nicht so lange weg. Oh. Hör. Achso, da war der nächste Haken. Ja, das war die Befürchtung. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen in... Er ist bei mir. Er wird mich jetzt kriegen. Ja. Wie weit ist denn der Ausgang? Hm, ich glaube, ein Drittel oder so. Mach den anderen erst mal auf. Ich weiß ja nicht, wo der andere ist. Genau gegenüber auf der anderen Seite. Genau gegenüber auf der anderen Seite. Was ist gegenüber? Also hinter dir sozusagen. Ja, genau. Auf der anderen Seite der Mepp halt. Ja, er ist... Jetzt könnt ihr mich retten, aber ob das gut ist. Ja. Naja, er rettet mich nicht. Der andere riecht auf den Deckel. Ja, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen campen, was du hier machst. Ist er noch bei dir? Naja, ja. Ja. Ja, er kommt von der anderen Seite. Das ist campen. Er steht zwar nicht da, aber... Ich meine, zwei Meter in die andere Richtung gehen. Ich habe die Palette gezogen und bin selber auf der falschen Seite gewesen und habe ihn gefragt. Ja, er hat die verloren, die verloren ist auf der anderen Seite. Versteck dich, versteck dich. Nee, ich kann ihn nicht verstecken. Ich muss ja erst mal weglaufen. Er ist nicht mehr hinter dir her. Ich bin tot. Ach, ich habe immer noch die Katze. Nein, er ist bei mir. Er kämpft. Hau ab. Auf der anderen Seite jetzt aufmachen und abhauen. Er ist bei mir. Also nützt einfach die Zeit, dass er jetzt aufmachen kann. Ich weiß nicht, wo der Aufgang ist. Ah, keine Ahnung. Absolut kein Plan. Ist ein bisschen lame zu campen. Scheiße, hier ist der Ausgang. Oh! Aber trotzdem gut. Ja, natürlich. Also das ist doch echt verbuggt ohne Ende. Der andere rauert ab. Ja, soll er machen. Ist gut so. Nee, er kommt wieder zurück. Aber würde ich bei dem nicht machen. Ja, ganz ehrlich. Er kämpft halt einfach. Ja, wenn der andere Ausgang offen gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Ja, hau ab, Bertie. Komm. Er ist auch voll in den reingerannt, glaube ich. Das ist halt lustig, aber das weiß man immer nicht mal nicht. Sehr gut. Alter. Ist der aus, ne, Dude? Ja, er hat zum Schluss noch mal hier hart im Nehmen gezündet. Sehr gut. Und damit ist er entkommen. So soll es sein. Ja, auch gut gespielt von der Feule, aber massivs gecampt. Muss man halt sagen, ne? Ich muss eigentlich sabotieren. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020